Jetzt ist die Aufnahme gestartet, meine Herren. Hallo, hallo. Willkommen bei der Verwaltung. Ist da. Hier rechts sind Werbung, da oben links sind Werbung. Hallo. Hallo. Ich dachte, ich male, ey. Und damit hättest du gekommen zu einer neuen Folge Skrillio. Und heute zeichnet der Darkie. Und natürlich so wie immer mit Darkie. Und das war's dann auch. Ja. Der Malte, der Zocker ist auch mit dabei. Und das ist der Hans Hack. Und ich hab keine Ahnung, was Darkman da zeichnet. Jungs, wieso zeichnest du? Du machst das 50.000 Mal weg. Achso. Ah. Ah. So. Nein, ich hab... Mann. Das war Willi sein Haus. Er ist wieder da. Willi. Ach du Scheiße. Willis, komm'n weg. Jetzt. Nee. Äh. Ah. Haha. Achso. Tada. Hä, woher? Mann. Okay. Äh. 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 Boah. Hm. Nein. Crazy. Ich glaub's crazy. Äh. 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 Easy. War'm, Junge. Alter. Das hatte ich heute in der Schule. Wie, das hattest du heute in der Schule? Hahaha. Hahaha. Warte. Ja. Warum trägst du Parfum? Nein, nein. Also das, wir hatten so'n Spiel... Ja, du hast das Wort gesagt. Fiech. Oh, ver... Hahaha. Ich hab keine Ahnung, wie wir was schreien. Also wir haben... Wir haben heute ein Spiel gespielt, ja. Das Klassenmemorie. Ja. Oh ja, und da stand einfach mal Parfum da. Alter. Falsch geschrieben, aber egal, ne? Genauso wie bei Ihnen gerade, meinst du? Oder wie? Ja. Der Letzten... Hahaha. Vor allem, ich hab's doch noch gesagt. Ja, und das war jetzt so nicht, wie man das schreibt, Alter. Ach, naja, ne, ne, ne. Sag ich mal zuhause. Letz. Achso. Nein. Ach. Ich war ja nicht mal fertig. Seit wann ist... Seit wann ist der Helm der Rose bitte schon braun? Oh. Der ist immer grün. Ah. Mir ist klar, was es sein soll, ungefähr. Aber... Ein Finger, ne? Hä? Schatz. Junge, was ist das? Eine Seite oder ein Buch. Ein Buch, genau. Und was kommt dann da rein? Ein Finger? Wenn man aufhört zu lesen? Hahaha. Ich weiß nicht, wie das heißt. Du wusstest nicht, wie man Parfum schreibt, das ist halt alles. Ey, wow. Ey, wieso das denn bitte bist du für kein Mädchen, ey? Hahaha. Ist klar. Ja, ich hab grad gesagt, ihr seid Mädchen. Und? Ja, ich hab doch das Wort schon. Ja, genau. Also. Ich weiß nicht, wie es heißt. Mach doch nicht so viele... Ah, Alter. Das sieht aus wie ein Finger. Kannst du mir nicht sagen. Oh Gott. Clickbait! Clickbait! Roter Kreis! Was? Okay. Hahaha. Ach, scheiße! Äh, warte mal, wie machen wir das jetzt so? Buuuh! Alter. Oh mein... Oh nein. Dann machen wir mal... Lala? Ah. Ah. Ma... Äh. Ah. Ich weiß es. Äh. Saug. Da meinst du nur solche Verdierung? Ja, ne Säule. Warte, versteh ich dir was falsch? Scheiße. Warte mal. Das Wort... Plus... Ne, also... Das Wort ist am Ende. Und... Äh. Äh. Warte. Warte. Hier, das ist... Willi. Hahaha. Und der hat auf dem Kopf so einen komischen... Und das beides zusammen. Hä? Hahaha. Ah. Also... Ich hab irgendwie... Am Anfang nur an Säule gedacht, aber einfach eine Säule gezeichnet. Hahaha. Oh Mann. Also meine Freunde, ja? Seid ihr alle bereit? Okay. Wow. Hallo. So meine Freunde, wisst ihr schon das Wort? Ne, wisst ihr nicht, ne? So, guck mal, dann werden die immer größer. Oh Gott. Okay. Was... Was tut Willi da? Ja, schlafen. Aber man nennt es auch... Der? Ja. Penja, genau. Der? Oh fuck. Schlafen. Schlafen, Moller. Schlafen, Moller. Schlafen, Moller. Schlafen, Moller. Schlafen. Willkommen in Schlafen. Ein Glas. Ein Knopf. Ah. Oh. Ah, doch. Nein! Wird doch ein Taliban da her... Oh. Nein, du darfst doch nicht zählen. Oh Mann. Und jetzt mal das Wort richtig, okay? Mal das Wort richtig, ja. So. Okay. Das Wort ist Willi. Ja. Ist das Patrick Star? Oh. Ja, warte. Ja, aber sieh, ich denk, kann das Wort nicht sein. Das hab ich ja schon versucht. Ne, ne. Jetzt kommt ja auch erst das Wort. Hä? Hier ist Wies. Scheiße. Patrick hat mal gedacht, das wär ein Instrument. So. Ach so. So ein Knopf, Darkman. Oder verwechsel ich grad das... Nein, warte. Was ist das? Ich glaub, das ist ein anderes Wort. Das müssen wir gleich googeln. Scheiße. Warte, ich schreib das. Mayonnaise. Was ist das? Ist das nicht... Ich hab schon wieder irgendwas verwechselt. Wow. Was ist das? Mayonnaise. Ist das Mayonnaise komplett anders geschrieben, oder? Ja, es ist richtig geschrieben. Oh. Hä? Wer schreibt bitte schon so Mayonnaise? Ich schreib Mayonnaise immer mit E-S-E. Ja, das war's jetzt auch schon mit den Wörtern, die zwei Buchstaben haben. Ah! Pie. Ach! Oh, danke. Wie? Ich weiß nicht, wie ich auf Pie gekomm bin. Oh. Oh. Ein Mistgeräfer. Mistgeräfer. was ist das okay jetzt können wir alle pflanze melke es ist eine pflanze der blume ja auch jung gibt es auch so runde sachen von so kannst du essen oder warte es gibt so dann ist da so 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 dings so schott drin kannst da aufschneiden weißt du und dann so alter rauskommen kommt das hier bei raus dass wir pflanzen ein bisschen nachdenken meine ist so schwer verlangen ich hab das darunter als erstes nicht das erkennst du etwas wo netzel schnitzel ich mag schnitzel okay wollte noch eine sicherung hinweilen das ist so ein insider den wird keiner verstehen das ist super ja wieso insider verstehen manchmal leute wenn die wenn man dazu ein video zum menschen gemacht hat oder wenn die einen kennen nein ich war ja in der tastatur das ding ist ich hab's erst auf englisch geschrieben ich bin premium premium man und hier oben ist der zürmer aaaaaaah äh 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 schlag und schnurrein ähm ach so ach komm das ist doch wohl offensichtlich danke mach ich bin halt der kartenprofi deswegen weiß ich das ja ja nach dem sechsten anlauf warte mal nach dem sechsten anlauf eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun also neunten anlauf hier hier fängt das nur hier fängt die schule an ja äh und da hört sie auf ja ja das ja oder warte machen wir einfach so so ne wundersch beautiful so machen wir das noch hier rot an ne ja dann brauche ich hier so ein guck so das ist ein baum so und das ist das ne nicht der baum sondern allgemein wenn hier jetzt zum beispiel willi willi liegt hier so tot was ich versteh überhaupt nicht was du bist da hier zum beispiel komet ja oh gott das fällt runter dann ist das 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 punkt der welt nein oh gott war es knapp du hast sogar noch zehn punkte mehr als darkman bekommen ey oh darkman wir machen hier noch ein kopf rennen alter ja man muss ich muss das hier raten sind äh äh bam ja hä trenne räume eine trenne tropfen 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 ich glaube das ist ein sieg für mich darkman ich kann noch ein holen ne weißt du schon nein ich werde jetzt nämlich das schwerste wort ever nehmen du wirst es niemals erraten so wartet fertig und jetzt kommt der eigentliche begriff oh das war ja einfach ah mann jetzt hat er gewonnen ja ich bin wenig zweiter ne ja ok er macht die abmoderation das wars mit dem video viel spaß beim nächsten video und abonniert mich danke nicht viel spaß immer dich zu unserer gruppe